So Leute, der Shop aktualisiert jetzt in ganz genau 5 Sekunden. Eigentlich müssten wir heute einen Emote bekommen. Mal schauen, was wir auf jeden Fall reinbekommen. Und es ist Saxophon. Nice! Ziemlich cooles Emote. Sieht aber ein bisschen verbatzt aus beim Wolfskin. Er gönnt sich richtig. So sieht es auf jeden Fall aus. Ziemlich cooles Emote. Was haben wir noch? Chopper haben wir da. Ist auch jetzt schon das zweite Mal im Shop. Dann haben wir noch Criss-Crows. Dann die Battle Pass-Stufen plus 500 EP. Dann diese Spitzsacke hier. Und diesen Pfadfinderin-Skin hier. Ziemlich langweiliger Skin, aber kann man sich auf jeden Fall auch holen. Dann haben wir hier diesen Guan Yu-Skin. Dürft ihr ja auch schon jeder kennen. Und der passende Hängegleiter dazu. Und die passende Spitzsacke. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Shop hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.